Jo, Welt da draußen, seid gegrüßt, hoa, ja, Sips 4, ja, hab ich letztes Mal die Sips 4 angesagt, hab ich Sips 3 angesagt oder so irgendwas anderes, ich weiß das gar nicht mehr, naja, aber hier in dieser Wunderschwa, Wunder, ja, ich meine, meine wunderbare Sprache, ist auch toll, und, ja, wir hatten hier ein kleines Feuerchen, ein kleines, gut, das ganze Haus ist fast abgebrannt, und ich muss jetzt hier irgendwie die Böden hier wieder reparieren, ähm, bei 3 und 2 und so gab es diese Pipette, und, ach, da oben gibt es sie auch immer noch, so, ach so, äh, kein Ding, geht nicht, haben wir kein Gap mehr, doch, wir gehen das nicht, doch, ich hab das, aber da muss ich das hier erstmal wegmachen, oder was, äh, muss ich das, geht das hier? Ne, wir müssen das ja nicht abreißen, ich will das jetzt... Nein, den Boden. Stock, nein, will ich nicht. Und, geht das noch hin, hier irgendwie, den Fußbogen will ich machen. Ich will den Fußbogen machen. Also, wenn ich normalerweise hier die Pipette, hab dann das Zeug, und kann das dann eigentlich hier hinlegen, aber es geht nicht. Was anderes nehmen. So, dann so. Ah, okay. Haben wir den Geld gekostet. Und hier, ähnliches. Hier nehmen wir was anderes. Ja, was neu ist das hier? Schön hell machen, ja. Auch gute Idee, machen wir mal hell. Kostet zwar ein richtig Kohle, aber wir haben es denn hier gleich ein bisschen heller. Und Schlafzimmer. Nimm mal einen fläuschigen Teppich, haben wir hier einen Teppich. Teppich, Teppich, Teppich. Irgend so. Das Teppich? Teppich, ja, das Teppich, okay. Machen wir mal auf was Schönes. Hat das dann auch schon Teppich? Achso. War das hier ein bisschen so? Ein bisschen... Ja, das ist okay. Kann man machen. Sieht besser aus. Wieso, schon sieht es hier nicht mehr so schäbig aus. Genau. So. Mir piept das noch immer. Jetzt brauchen wir ein bisschen Equipment. Ist das mal hier fertig? Einrichtung. Und wir brauchen mal ein Thema. Brandmelder haben wir. Was ist das denn hier? Thermostat. Das ECO-DIS. Achso, okay. Wir brauchen doch ein Telefon. Und dann eben nur fast... Das ist gerade ein bisschen stressig. Die Musik passt gar nicht. Oder warum? Ich nehme an. Ich kann jetzt skippen. Kann ich skippen? Moment. Oh nein. Oh nein. Meine Tastatur hat keine Skipptaste. Oh nein. Oh nein. Ich kann nicht skippen. Ich kann die Musik nur leiser machen. Okay, dann meiste es aus. Das ist so nervig. Die Musik gerade. Die Musik ist einfach zu nervig. Ich brauche hier. Warum hier finden wir ein Telefon und Konsorten? Jetzt haben wir sowas nicht. Verstehe ich jetzt nicht. Hier haben wir eine Konzerne. Ich habe ein Telefon. Hier ist er. Ein Computer. Ja. Jetzt haben wir Telefone. Hier haben wir so alles ein bisschen. Aber ich sehe hier kein Telefon. Gibt es sowas nicht mehr bei Sims 4? Telefone. Okay. Alles klar. Tische oder so. Lampen. Das ist alles mögliche. Die sind nur Lampen, ne? Ich sehe nur Lampen. Moment. Nur Licht, Licht, Licht. Die Erleuchtung halt. Ich weiß es nicht. Wo findet man Kommunikationsequipment? In den Inventar. Ja. Also hier hätte ich jetzt irgendwie schon ein Telefon erwartet. Ist hier irgendwo ein Telefonball. Hier ist aber nö. So ein schnödes Deck-Telefon ist hier nicht zu haben. Bei Computern zu kramen. Ist das nicht dabei? Verstehe ich nicht. Verstehe ich einfach nicht. Alle Anzeigen, nee. Warum haben wir dann? Komfort, Oberflächen, Seine Interaktivitäten, Fähigkeiten. Ne. Da ist es auch nicht bei. Aktivitäten, Fähigkeiten, Deko, Tiere, Kinder, Beleuchtung, Elektronik, Apparate. Also nur alle Apparate. Seht ihr irgendwo ein Telefon? Ich sehe hier kein Telefon. Das sind hier Briefkasten. Also spontan sehe ich kein Telefon. Apparate. Also Apparate ist eine Elektronik. Guck mal, Elektronik. Ist hier irgendwo ein Telefon dabei? Bounce. Hm, kann man vorhin was? Dann können wir es sowieso nicht erlauben. Telefon, ein schnödes Telefon wird mir einfach schon genügen. Ich sehe kein Telefon. Das sind die Wandeldinger. Dann haben wir Musik, Computer, Fernsehen. Äh, Lagerung. Das weiß ich nicht. Komfort vielleicht? Äh. Wo sind die Telefone geblieben, verdammt? Oberflächen. Ja. Sanitäraktivitäten, Fähigkeiten haben wir. Dekoration ist jetzt hier noch mittlerweile eine Dekoration geworden. Das muss ja unter Elektronik sein eigentlich. Elektronik, Apparate eigentlich. Aber hier finde ich nichts. Ich sehe das nicht. Kann ja nicht sein. Klar, logisch. Hm, aber hier ist kein Telefon. Es gibt so was für ein Telefon nicht mehr. Weil die jetzt alle Handy haben oder woran liegt das jetzt? Dass es kein Telefon mehr gibt. Te- Le- Ne. Telefon kennt er nicht. Telefon kennt er nicht. Telefon, kein Ergebnis. Das gibt es. Das gibt es doch gar nicht. Kom... Mo... Kom... 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 Komunikation oder Komunikation? Ach toll. Aber er kennt das so. Wir haben hier nichts mit Zeugzeugen. Das ist so ein Ding. Es gibt tatsächlich keine Telefone mehr. Wollte ich mich verarschen. Ich sehe auch auf dem Binder so, dass hier irgendwie Telefon... Es ist nirgends irgendwie Telefon dabei, oder? Na, das ist ja ein Ding. Es gibt keine Telefone mehr. Ausweitsinventar. Was ist das hier? Eingerahmte, offenes Buch. Kostet sich 120 teuer. Lagerung. Lagerung. So, Lagerung. Da ist da kein Telefon dabei. Apparaten hätte ich das jetzt erwartet. Da ist aber kein Telefon dabei. Das ist ja... Beleuchtung. Kinder haben wir da noch. Das ist ja klar. Alles hier. Kindergedönse. Logisch. Apparate. So, warte mal. Hier. Das ist alles Küche hier. Apparate sind Küchengeräte. Okay. Elektronik. Der ist auch nur reduziert auf diese Sachen hier. Es gibt kein Telefon. Es gibt tatsächlich kein Telefon. Ich bin bekloppt. Ich werde bekloppt, dass hier kein Telefon bei ist. Warum ist denn kein Telefon dabei? Schildfache. Schildfache. Kasse, Uhr, Wohnenunterende, Thermostat natürlich. Auch mehr Uhr. Tablet. Kinder-Tablet. Aber kein... Kein Telefon. Ich sehe hier jetzt zum Montag. Kein Telefon. Zeitshow. Kasse. Regulator. Kein Telefon. Das ist bei Elektronik. Beleuchtung. Ja, das ist das gleiche Spiel. Beleuchtung hätte ich jetzt ja auch nichts zu suchen. Das wäre ganz falsch. Beleuchtung. Beleuchtung wäre das falsch. Aktivitäten, Fähigkeiten. Ja. Das ist ja hier Schach. Musik. Oh, da war das auch dabei. Haben wir hier noch. Das ist hier auf der Tisch. Dekoration vielleicht irgendwo. Telefon. Nö. Bodyaktivitäten. Nee, das hat ja auch damit nichts zu tun. Sanitär. Raunliche Oberflächen. Komfort. Komfort wäre es vielleicht noch. Aber das ist auch nur Sitze. Auch nur Sitzdinger. Also es gibt tatsächlich kein Telefon mehr. Muss man auch selber löschen. Wozu habe ich denn den Rauchmelder da? Okay. Wo das war's? Wir können ja nicht mehr viel tun, ne? Achso, der braucht ja noch ein Bett. Der braucht ein neues Bett noch. Komm, was schildere. Oder toben. Der braucht ja schon langsam ein normales Bett, ne? War doch so, ne? Aber wir haben nicht so viel Geld. Es muss ein bisschen billiger ausfallen. Sollte aber nicht so viel kosten. Ich finde das ist noch zu viel. Wir müssen ein bisschen Geld überbekommen. Hier Kinderwett. Ne, noch weniger. Hm, 100. Das ist aber ein Kleinkinderwett, glaube ich. Das hier, glaube ich. Das geht. Und... Pavel. Hm, ne. So. Nö. So. Nö. So. Nö. So. Auch scheiße. Hm, noch was so. Okay. Wie war das Dreh nochmal? Ich weiß das gar nicht mehr. So war das Dreh. Alles klar. Ich hoffe, das kann er benutzen. Checken wir mal die Lage. Ja, er kann er nicht mehr. Ich kann er schlafen gehen. Du bist dreckig. Ich gehe duschen. Verbessern. Schaumbatt nehmen. Schaumbatt nehmen. Ach, das ist so traurig. Na, dann hier Ute ins Bett bringen. Wieso Ute ins Bett bringen? Wer ist Ute? Beanspruch. So. Wer ist Ute? Wir haben keine, die Ute heißt. Wieso will sie Ute ins Bett bringen? So. Der Kleine ist gut. Wo ist denn der jetzt eigentlich? Ach, hier ist er. Was ist das? Warum das darf ich gerade aber nicht zu Anfang mit? Er ist auch müde. Oh. Was ist denn für lange Arme? Das ist doch nicht normal, der lange Arm hatte. Das ist doch irgendwie gruselig. Sind alle fertig hier? Alle sind unten. Alle sind extrem frustriert. Geld ist alle. Ah, warte mal. Noch was. Wir bauen mal die Küche ein bisschen um. Dann ist es auch ein bisschen unprächtig. Tun wir das hier mal da rüber jetzt. Erst mal. Hä? Ach so, das kann er nicht hin, wenn wir rauchen. Der muss auch umversetzt werden. Der kommt da hin. Dann kommt der da hin und der Kühlschrank kommt dann die Vitrine, drehen, drehen. Ja, da hin. Da rein. Flop. Okay. Alles klar. Dann ist das ein bisschen ordentlicher. Und wir brauchen eine Haushälterin. Es regnet draußen. Wer hat noch ein Telefon mal gehabt? Okay. Plauder mit. SMS schicken. Was haben wir? Gesicht. Nein. Nein. Wir brauchen hier was fürs Haus. Titel kaufen. Nein. Wie könnt ihr? Nein. Kaufe. Findings kaufen. Service. Regieren. Reinigungsservice. Reinigungsservice. Es läuft schon Reinigungsservice. Ach so. Okay. Wir haben schon Reinigungsservice. Aber wann kommt denn der Reinigungsservice? Okay. Erst mal wach. Der kann man aufräumen hier. Wäsche machen. Wäsche machen. Und dann hier weglegen. Aufräumen. Aufräumen. So. Wäsche machen auch hier. Sack. Ach so. Macht der Raumschirm alles ein. Naja. Da ist auch noch Wäsche. So. Dann haben wir das schon mal. Ausräumen und Wäsche. Wäsche absetzen. Ausräumen und Wäsche weglegen. So. Das war das nächste. Ach der Arm ist noch so viel arbeiten. Okay. Jetzt haben wir das Ganze mit der Suche verprasst hier. So. Was ist das? Was stand da? Ich weiß das nicht, was da passiert ist. Da haben wir eine Spülmaschine da stehen gehabt vielleicht. Ist die abgebunden? Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, wer das hier ist. Zuckerschädel gaben. Darbringen. Geist ins Jenseits entlassen. Mämmter. Schrift lesen. Habe gehört, dass an den Klippen gerade ein verrückter Partyschen annehmen und Sims mitreißen. Nein, erbruch. Keine Lust. Wir haben was anderes zu tun. Was hat sie? Sie ist wach. Kein Spaß. Hunger hat sie. Schnelle Mahlzeit essen. Joghurt. Alles klar. Er legt die Wäsche weg. Das ist auch schon mal gut. So. Und er. Ach so. Was wollte er machen? Ach so. Was ist das? Ich weiß nicht, dass es entsteht, ne? Ja. Was steht denn da? Wer ist denn das? Hm. Was ist denn? Zuckerschädel gaben. Zuckerschädel gaben. Da bringen wir. Geist ins Jenseits entlassen. Warum sollte es auch? Soll er auch hier weiter bei uns bleiben? Wir können Geist hier haben. Wenn die Seele von Anbi des Jenseits entlassen wird, wird sie auch aus dem Jenseits entschwinden und für immer frei sein. Bist du sicher, dass du so bist? Ja. So. Tschüss. So. Äh. Hier. Mit Tafeln sind wir klicken. Aufräumen. Essen. So. Kann ich jetzt eigentlich... Jetzt natürlich, dass ich sie entlassen habe. Das Teil. Ne. Das Objekt kann nicht gelöscht werden. Wo stellen wir denn das hin? Irgendwo hin. So. Ah. Warte mal. Komm her. So. Das steht da erstmal. Okay. Ich weiß noch nicht, wer es war. War es eine Haushälterin, die hier gestorben ist? Hinschrift eingravieren. Dann wird auch nichts zerstören. Hinschrift lesen. Ich will das stehen da. Mal gucken, was da steht. Wir wollen schon. Achso. So. Macht gleich wieder Dreck. Ausräume. Wäsche waschen. Verbessern. Ausräume. Wäsche. Und zu. Trocknen. So. Fünster. So. Mhm. Das stören. So. Weg. Achso. Übrigens. Äh. Ich hab sie jetzt einfach, weil sie gehört nicht zu unserer Familie. Das war glaube ich die Haushälterin, die hier aufgeräumt hat. Aus irgendwelchen Gründen hat sie es geschafft, dass die Blut abbrennt. So. Das ist wie der Haie. Wunderbar. So. Wie sieht es denn jetzt aus? Mit seinen Ersten. Er ist auch unten. Okay. Er sollte auch schlafen gehen. So. Wollen sie unter Bettanspringen? Nein. Denk ich ja. Dann schlafen. Okay. Schlafen alle gleich. Und dann. Puh. Ja. Weiß ich auch nicht. Müssen wir mal gucken, wie wir hier klarkommen. Jetzt haben wir echt kein Geld mehr. Dann kann ich nicht mal eine Arbeitsplatte. Um jetzt hier irgendwas Essen zuzubereiten. Das ist ja echt doof. Okay. Hm. Dann schlafen alle. Wunderbar. Nach dem Schlafen, äh, Bettanspringen, Bäsche machen. So. Na? Dann fertig ist. Schlafen. So. So. Kleiner schläft. Alles klar. Schlafen alle. Das finde ich gut schlafen. Weiß ich auch nicht. Aber wir haben es jetzt hier wieder einigermaßen hübsch. Und ich finde das hier mit diesem hellen Teppich auch gut. Das ist ein bisschen heller hier. Alles, ähm, irgendwo brennt Licht. Dann kannst du an. Sollen wir mal, wenn der Lapp an ist. Hm. Egal. Schlafen hier nicht richtig. Hm. Wie viel haben wir es denn? Er hat Hunger. Aber, äh, blub. Gut. Was hat er denn? Termin? Vier Stunden bis zum Unterricht. Ach so. Oh, hier. Er ist wach. Er ist wach. Was hat er für Probleme? Okay, er hat Hunger. Okay. Was hat er denn? Was war doch die Hand? Ja. Eine lange Hand gehabt? Aber erzählte er von seinen langen Hand, der geträumt hat. Mann, das sah ja echt gruselig aus, ne? Diese lange gezogene Hand. War das ein Bug oder war es da eben so eine Grusel-Einlage? So, kriegt er Essen? Okay. Ah, lecker. Ja, grüne, schleimige Bohnen oder sowas. Okay. Er scheint zu mögen. Okay. Ah. Gott, die hat schlechte Laune. Die hat sowas von schlechter Laune. Oh, mach Dreck. Also, die muss arbeiten. Ah. Tschüss. Wo schaffen. So. Ah, er muss ihn ja auch rausholen, ne? Äh, freundlich. Kärbetreuung. Also, die Kinder adoptieren. Nein. Autor ändern. Mitte wechseln. Bett bringen. Baden. Ah, da kommt eine neue Haushälterin. Die isst du auch erst mal. Zumindest ist sie auch dreckig. Ah, ne, er ist dreckig. Er ist dreckig? Äh, ne. Äh, wie kommt er noch da in grün? Hä? Auf jeden Fall schläft er schlecht. Na gut. So. Achso, nein. Freundlich. Schau mal. Äh. Blub, blub. Ne, wir helfen, ne? Hilfe war das. Hilfe. Baden, wenn du esst, bitte. Getränk. Wenn du bitte. Oh. Ach, er qualmt so. Komm, macht sie das? Ah. Ne, macht das nicht, ne? Oder? Hallo? Das Kind stinkt. Hast du mal eine Zeit dafür? Sneefa, okay. Buchbett mit einer Aktion. Hochheben. Oh, er tropft. Es regnet draußen, ne? Ne. Wo tropft er denn so? Wo ist denn so ein bisschen? Was ist das? Ach, es ist sie selbst hier, ne? Ach Gott. Lustiges Erziehung. Was? Beibringen. Entschuldigung zu sagen. Beibringen. Danke. Bedürfnisse helfen. So, bringt noch was bei. So. Aber, ähm... Kinderbetreuung. Auf jeden Fall. Baden. So. So. Er hat gleich Schule. Er hat Schule gleich. Moment, wann hat er wegen einer Schule? In 24 Sekunden. Okay. Alles klar. Ihnen geht's aber so weit ganz gut. Außer, dass es dann Spaß macht. Ah, kein Spaß. So. Sie können das hierhin. Wo muss sie denn an die A reiten? Ich muss auch auf Toilette. La 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 la. 50 Euro Dollar, was ich hier schon hatte. Sie sind millions, was auch immer. Zwei Tage bis her. Ach, sie hat's frei. Okay. Aber sie muss auf Toilette. So, verwenden. So. Und aus. Und dann, äh... Äh, la la la. Ähm... Ach so, dann hat sie auch aus diesem Programm bauen. Okay, alles klar. Ne, nur... Doch. Ach, das gibt's halt nicht nachgedauert gestellt, deswegen. Das hat ja andere Klabotten an. Absolut. Quatsch. Okay. So. So. Jetzt freil ich mal ein bisschen. So. Ähm... Spaß hat keinen Spaß. Oh, das hat keinen Spaß. Jetzt sehen wir Spaß machen. Oh, was da schön ist. Was ist das? Ah, gar nichts. Kein nichts mit anfangen. Okay. Ach, hier. So. So. Das stimmt doch fast nicht. Oh, hier. Der ist auch so komische lange Arme jetzt. Ey, was stimmt denn? Kannst du halt sehen, dass es sich hinhaut? Ah, jetzt. Das funktioniert. Hä? Mh... Mehr Auswahl... ...kenn er vor... ...kenn er vorlesen. Ach, sie muss selber tushen. Das ist schön. Tushen. So. Das ist ja merkwürdig. Das ist ja so... ...eine Sachen nicht funktionieren so richtig. Hm. Daraus ist nichts, was man anrichten kann. Hier so. Hingehen hier so. Hierher laufen. Wo laufen wir? Laufen. Hier gehen laufen. Das ist schön. Was ist das? Was ist das? Weitere Anzeige. Hm. Weitere Anzeige. Ja, so schön. Äh, äh... Wir gehen mal weiter hier. Dankeschön. So, was ist denn das? Liebestag. Morgen. Okay. Hä? Die sieht sehr motiviert aus. Wie gesagt, tschüss. Aha. Ist das eine neue Haushälterin, oder was? Ja, das ist die... ...neue Putzfrau. Okay. Das hat auch nicht so tun. Äh... Hierher laufen. Äh, die Funktion mit Blödsinn machen und sowas, die sind weg, ne? Man konnte... ...konten wir noch jetzt... ...oder ist das erst eine Generation weiter. Hier laufen. Hier laufen. Hier laufen. Jetzt kann man hier nichts mehr machen. Was ist das? Was ist das? Freustellen. Hier. Oh, kann ich nichts machen. Was ist das? Und dann... ...hier Chaos... Ach, Chaos veranschalten. Können wir hier laufen. Also man kann draußen kein Chaos mehr veranschalten? Nee. Kann du hier drin Chaos veranschalten? Chaos veranschalten. Das ist lustig. Mach doch mal. Hopp, schneller. So, jetzt ist es lustig. Okay. Sehr schön. Hey, hey. Schön, schön. Die Hausleiter wird sich freuen. Schön. Einfach gut. Achso, ich muss mal hier... Komm, wir haben... Wir haben... Doch, wir haben noch einen Schrank. Outfit planen. Outfit ändern. Outfit planen. Guck. Ähm. Pics haben wir ja auch neue Klamotten gekriegt. Mal gucken, was da geht. Mal gucken, was da geht. Aber jetzt muss ich noch Spaß haben. Ja, na, 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 na. So. Siehst du? Äh, man fand... Fantasiefähigkeit. Wunderbar. Herrlich. So. Alles da. So. Und dann, ähm... Ja, du brauchst ja nicht dabei sein. An dieser Stelle. Ähm. Ja. Ja. An dieser Stelle höre ich auf. Und, ähm... Ich plane mal die... neuen Outfits. Mal gucken, was das Neues gibt. Ach Quatsch. Ihr seid... Lass mal... Ich dürfte dabei sein. Gucken wir mal. Jetzt soll mal gucken, was neu ist. Ich meine, das hier ist neu. Oder? War schon damals da. Keine Ahnung, sieht dann malig aus. Das hatten wir ja jetzt eben, ne? Da gibt es noch eine andere Farbe. Rot, ne? Ich weiß gar nicht, dass es Rot gibt. Aber das ist ja so weihnachtlich. Wir haben es auch noch in Weiß. Oder was ist das? Ach, gestreift ist das. Jo. Ist auch ganz nett. So, mal schauen, was wir hier noch haben. Außer wir gehen jetzt noch von oben. Ach, hier. Guck mal hier. Das ist eine Cyberwindel. Ah, das nehmen wir für die Nacht. Warte mal. Da, da hast du die normale Windel. Und dann nehmen wir jetzt die Cyberwindel. Die Spasige Cyberwindel, wo sie da unten ist. Die nehmen wir jetzt dafür. So, zack. Genau. Ja, genau. Wunderbar. So, und am Tage trägt er was anderes. Was haben wir denn? Spider-Man. Oh, nee. Ich finde, das ist immer so... Das ganze Gesicht so abgedeckt. Ja, das hat nichts. Na, was ist das hier? Das gab es vorhin, bevor auch schon alles. Ja. Na, das ist so formlos. Pokémon hier vielleicht. Das sieht auch ganz nett aus, aber... Nö. Will ich nicht. Was sieht das? Schauen wir das hier. Das ist ja auch süß. Ach komm, das nehmen wir für den Tag, ne? Alles andere ist okay. Ja. Alles andere können wir lassen. Ja. Die Augen haben wir schon getauscht. Gut. Was ist das hier? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Achso. Okay. Ähm. So. Dann hat er das. Das hat er als... Warum das? Hä? Äh, ja. So gut. Man kann das hier nehmen. Das würde dann eher Sinn machen, ne? Ja. Oder das hier ist ja auch noch... Da sind wir verschiedene Farben. Achso, das ändert sich nur die Farbe Schicht. Also nehmen wir das hier. Oh, das fing aber... Hm. Das ist ja auch ganz süß hier. Nehmen wir das. Äh, die Schuhe müssen dann noch geändert werden. Wir müssen solche Schuhe nehmen. Genau. So. Äh, keine Socken. Komm mal. Keine Socken, Socken, Socken brauchen wir doch. Socken, 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 klar. Äh, was war denn das davor? Hä? 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 Äh, ändert sich. Übernahe Socken. So. Okay. Was ist das hier? Oh. Was ist das? Das ist ein Bug, ne? Das gehört da nicht hin. Nein, nein, nein. Das gehört da nicht hin. Das ist Bug. Ja, durch viele Zusätze sind auch einer Hand vieler hinzugekommen. Also, das muss man überlegen, ob man das will, ne? So, okay. Das lassen wir so. Dann haben wir so die Nachtkleidung. Dann haben wir jetzt gewählt, ja. Dann, äh. Oh ja. Okay. Das ist süß. Das ist lustig. So. Haben wir da noch? Schwimmsachen. Hä? Ne, das ist nicht ganz richtig. Ich glaube, da hat hier was Blaues an, ne? Lass es sein. So. Ja. So. Äh. Andere Schwimmsachen hat er ja gar nicht, ne? Da gab es andere Schwimmsachen. Doch. Nur das hier. Zum Schwimmsachen. Hallo? Achso, da muss ich sein. Hm. Das kann man auch in Blau nehmen. So. Weiß ich noch, okay. Weg mit Schwimmsachen, ne? Allerdings wird das hier mit Schwimmsachen. So. Hm. Oh, das ist aber langweilig. Achso, apropos hat man dann aber auch keine Socken an. Achso, aus. So. Hm. Überhaupt mal überrechnen mal die ganzen Sonderfunkdinger ausmachen. Hier ist keiner an und hier aber an. Ne, ist auch nicht. Ah, hier, ja, hier sind die Socken, das ist richtig. Alltag. Dann auch irgendwas Besonderes. Achso, das ist auch die Socken da gewesen. Okay. Das sind auch die Socken gewesen. Genau. Ja, Socken kann man ruhig anhangen. Oh, hier, Stoffhose. Nee. So ein bisschen viel. Da muss man ganz auf in Blau machen, ne? Hm. Nee, nee, machen wir so. Äh, Blau. Ja. Ja. Oh Gott. Passt nicht so gut aus. Hm. Hm. Okay. So. So. Hä? Guck mal hier. Was ist denn das? Warum hat er das? Hm. Was ist das denn hier? Oh, denn hier ändert sich die Haare oder wie? Ne. Huch. Ne. Also gibt es noch verschiedene Farbe. Aha. Bö. Was haben wir denn noch? Guck mal was wir hier so... ...hagen. Hm. Was war das? Ach so, Superman-Auptfit. Was ist denn... Superman ist ja nicht persönlich... Nein, wahrscheinlich ein Superhelden, den wir nicht kennen. Hm. Was war das? Hm, ich weiß nicht. Ich bin schlecht herum. Okay. Das gleiche noch mal, im Prinzip. Hm, langweilig. Ach, das ist gleich. Och, nö. Das hat alles nichts. Ja, aber nicht, ne? Nö. Nö, nö, nö. Ultimative Outfits. Ja. Oh, das ist doch lustig. Oh, ohne Brille bitte. Verdammte Brille dabei. Hallo. Wo kommt die Brille her? Die Brille. Die Brille muss weg. Ja, aus. Haare hier, Haare bei mir. So, okay. Wenn wir jetzt zurück auf die Klamotten. Alles klar. Okay. Da habe ich noch gar nicht gesehen, dass es sowas gibt. Na gut, das ist... Pass auf, nö, nö. Gut, das kennen wir ja. Das ist schnell, aber das passt jetzt auch nicht gerade. Oh, hier, den Warnersbaum. Herrlich. Ein Träumchen. Ähm, puh. Hm? Kann man machen, muss man mal nicht. Hm. Hä? Bei der Maus, ich muss immer eine Maus wechseln. Das hatten wir ja vorhin, ne? Das hatten wir ja vorhin, ne? Was ist das? Ne, das war es nicht. Äh, was ist das hier? Was ist das? Mö. Oh, guck mal, das ist... Ist ja nicht neu. Okay. Oder? Lassen wir das weiße. Hm. Du, 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 du. Hm. Oder wir planen komplett selbst. Was haben wir hier? Ja. Die machen das eigentlich leicht, muss ich sagen. Ach, die neftig an Lammelag heute so. Ach, langweilig. Alles aufsuchen. Ist ja zu Hause. Ist ja auch egal. Gefällt mir alles nicht. Gefällt mir alles nicht. Alles nicht. Warum hat er das an, wenn er lackig ist? Habe ich, was er an hat da? Der hat hier offiziell eigentlich nichts an. Außer Schuhe. Mal alles ausschalten. Dürft ihr eigentlich nichts anhaben. Hm. Hm. Verstehe ich nicht. Aber, wenn er nichts an hat, das an hat. Guck mal was an. Wäre ich da wegdrücke? Fällt's an. Ey, wie ist hier das Naturskin kaputt? Ey, wie hier? So. Da. Da ist was kaputt gegangen, würde ich sagen. Und dann irgendwas festlegen, dass es da wieder normal wird. Weiß ich nicht. Ja. Äh, das ist so. Verspült das sofort wieder? Merkwürdig. Das ist doch nicht normal. Ist auch nichts an? Nö, ist nichts an. Das heißt nicht, dass das hier so komisch ist. Dass man da nichts machen kann. Das ist sehr merkwürdig. Sehr mysteriös. Äh, ja, wenn eine Idee hat, kann das ja in die Kommentare schreiben, wie man das wieder normal kriegt. Und dass man irgendwie so ein Standard-Skin auswählt, wenn das nichts an hat. Na? Kann auch nichts auswählen hier. Und sagen, das ist jetzt Standard-Skin. Das klappt nicht. Auto. Was ist das? Was ist das? Badementor. Ist das Badementor? Aha. Interessant. Hm. Was hatte ich denn vorhin verheizt? Was ist das nicht mehr? Da haben wir von angefangen, ne? Ja. Das hätte ich gern wieder. Was ist der hier? Ja, der war's genau. Der war's. Da gibt's nicht. Da gibt's nur T-Shirt-Farben hier. Änderungen, ne? Genau. Alles klar. Hm. Das ist ja blöd. Das ist da, wenn was schiefgelaufen ist. Okay. Bleib-So-Anzug haben wir jetzt auch hier gewählt. Nachtsachen haben wir auch gewählt. Ja, Party, glaube ich, auch gut. Schwimmsachen sind jetzt das hier. Heißen Tagen. Hat er das? Er ist ja nun neu zugekommen. Hm. Heißen Tage. Das war ja schon zum Schlafen, ne? Aber das im Prinzip mit T-Shirt. Wenn es so richtig heiß ist, ist es besser. Hopp. So, wir frei. Verarschen. Okay. Ich verarschen. Ähm. Ich würde was anderes haben. Alles wäre das so. Also, wir verarschen jetzt. Mal alles ausmachen. was für Mädchen, aber egal. Also, ups. Ist das hier irgendwie so eine, ähm... Aber das hört ja nach vorne gehört, ne? Ja, wenn's für diese Miko ausfählen, ne? Was wäre das für Mädchen? Ich habe ja nur alle Augen geschaltet. Aber wie, Kinder, ist das nicht ganz so pengelig zu nehmen. Jetzt ist das hier übrigens das, was er hier als Standard nimmt, ne? Komischerweise. Tja, für Mädchen haben wir natürlich wieder mal mehr. Aber, ähm, das ist nicht das, was ich suchte. Ich wusste nicht, dass diese Cyber-Nex sind, ne? Übrigens. So, heiße Tage. Heiße Tage. Gibt es auch keine Schuhe. So, zack. Oh, ich habe das jetzt. Da wollten wir eigentlich dieses Cyber-Nex weg. Hm. Die soll ja wieder das dann. Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Die andere Sache ist jetzt verschwunden. Hm. Ja, aber das. Wenn wir das, dass alles aber weg ist. Ich verstehe nicht, warum dieser Cyber-Nex weg ist jetzt. Keine Ahnung, warum. Das ist halt oben frei wieder. Jo. Meistens hat man es auch so gemacht. Komisch, ne? Was ist das? Das sind Badanzüge, okay. Badanzüge hat er nicht. Beste hat er auch nicht. Anzüge, hololol. Ne, ist es nicht dabei. Heißes Wetter. Tops. Tops. T-Shirts. Da auch nicht. Schmutz-Hemden. Oder das hier. In der Ruppe. Hm, oder was anderes. So was? Hm, nö. So. Hm. So, nö. Also, was hat er an? Ja? Nö. Alles scheiße. Oh, ne? Das wird so. Okay. Oh, kalte Tage. Ja, da müssen wir es auch anziehen, ne? Da müssen wir den Baum anziehen. Haben wir denn da? Vorgaben. Langweilig. Was ist das hier? Hm. Also? Auch langweilig. Ja, es gibt super schöne Kinder, äh, Schneeanzüge. Und die haben nur so einen langweiligen Kack hier. Ach, Mann, ist das langweilig. Ist das noch? Hier, guck mal, hier ist es wieder da. Interessant. Keil, wenn er so... Nix. So, noch mal. Und da gibt es die ganzen... Ist das hier wieder für ein Mädchen? Ach, die Brille auf. Was soll die denn scheiß Brille immer auf? Ach, die Güte. Haare müssen bleiben, natürlich so. Die Augen sind wieder weg. Sehe ich gerade. Äh, die Augen. Äh. Ah, hier. Er hat braune? Blaue Augen? Ne, braune Augen, ne? Braune Augen hat er. So. Was ist braun? War braun. Gut. Haben wir das gleiche Problem hier bei... Das ist ein Ding an. Das ist überhaupt gleich jetzt, ne? Ja, ja. Okay. Sehr gut. Ah, okay. Nein, nein. Äh, so. Jetzt gehen wir wieder zurück auf die Klamotten. So. Äh, jetzt ist es definitiv zu kalt. Ähm. Und alles, alles erzeigen lassen. Äh, so. Gucken wir mal, das ist alles nix. Das müsste für den ganzen Körper sein, ne? So, nö. Ist natürlich dran, aber nicht richtig. Hm. Ist auch nicht dick genug, ne? So, nicht dicke Klamotten gibt's ja nicht. Blödsinn-Klamotten gibt's hier. Ja. Hm. Haben so richtig was dickes? Haben wir hier nicht, ne? Wenn wir das hier nehmen. Hm. Hm. Es gibt keine Schneeanzüge. Das ist ein Problem. Aber keine Schneeanzüge unter anderem. Aber gibt's in dieser Altersgruppe einfach keine Schneeanzüge. Nee, wo ist nix, was so richtig warm aussieht, wenigstens. Aber nö. Okay. Müssen wir mal was runterladen, weil die Sachen, die sie da anbieten, ist Kacke. Das ist einfach Kacke. Das hat nix, ja, das ist ja scheiße. Das sieht so Kacke aus. Ja, das war's auch. So, Sommer haben wir. Okay. Links haben wir. Haben wir. Und so, unser Tag ist da die Tagkleidung. So. Alles klar. So. Achso. Ich hab keine Schuhe an, ne? Hier haben wir Schuhe. Hier haben wir solche Hausschuhe. Hier sind sie da. Hier haben wir. Hier haben wir auch schon länger gemacht, als ich wollte. Und deswegen entlasse ich euch wieder in die reale Welt. Und, ähm, wir sehen uns dann demnächst, hoffentlich. Ah. Toll. Ich hab das Spiel ein und mir wird gleich Kohle abgezogen. So eine Scheiße hier. Was soll denn das? So. So. Ähm, er hat keinen Spaß. Er hat einfach keinen Spaß. Und der Kleine hier. Ist müde. Okay. So, die hat auch irgendwie Probleme. Auch ganz rot. Wütend ist sie. Warum? Äh, wegen klatschnasse Kleidung. Achso. Äh. Wäsche machen. Okay. Naja. Ich bin dann sehr schnell weg. Bis dann. Ciao.